Ich würd' dich gern wieder angreifen. Moment. Sind denn alle wieder recht normal im Kopf, oder? Ja? Aua. Oh, Siren und so sind wieder down. Wo sind die denn? Da. Okay, er wird wieder schwarz. Oh nein, er holt Verstärkung. So, okay, dann finden wir uns erst mal um die hier. Autsch. Alles klar. Na komm schon. Hau doch nicht daneben. Was? Wann heilt der sich denn? Da hat sich... Wie war's? Wie scheiße ist das denn? Nein, mich holst du nicht. Nein, 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 nein. Wir dürfen keine Chance zum Heilen geben. Okay, jetzt hau ihn. Moment mal. Wandsprung bitte. Bitte. Was? Wo ist ihr Heilkreis? Okay. Wo ist das Vieh denn schon wieder? Gibt's ja nicht. Ah, ich hör's. Ich hör's doch. Ich hör's doch. Da. Irgendwas hat mich zurück... Irgendwas schleudert mich zurück? So. Ja, warte. Ja, Heilkreis. Ja, Heilkreis. Okay. Bin hier grad stark konzentriert. Merkt man vielleicht ein bisschen. Da, Feuerkreis. Hat noch nicht was gebracht. So, dann den hier. Rüstungsbrauch. Na komm schon. Ah, er darf sich nicht drehen, der Penner. So. Yeah. Down is er. Fantastisch. Fantastico. Ich hoffe, er ist jetzt endgültig weg. Yeah. Level 25 für Siren. Inventar. Okay. Wir müssen zu einem Schätzer. Und wir müssen dieses Buch finden, damit Horace die verfluchten Bücher... äh, die verfluchten Waffen entfluchen kann. Okay. Hm. Denkt mal drüber nach. Batterie, Leistung lässt nach. Ja. Das weiß ich. Ha. Und jetzt kümmere ich mich um den Brunnen. Und wenn uns dann nichts mehr dazwischen kommt, gehen wir zum Graf. Das ist der Plan. Jep. Jetzt muss ich wieder da hinlatschen. Ja, schnell speichern. Damit uns das bloß nicht verloren geht. Kann ja immer mal was passieren. Gut. Auf geht's. Jetzt. Ja, ja. So. Kann ich noch mal mit dir reden? Wir haben... Ja! Ich kann nun auch dein Liebesleben vorher sagen. Sollte ich... Das wird so... Wirklich? Wo finde ich mein Glück? Wo finde ich meine Liebe? Oh, keine Liste. Okay, wo finde ich mein Glück? Fängst du einen Frosch am Brunnen? Am Osttor wird das Glück dir Holz sein. Okay. Oh, danke schön, liebe Wasserin. Oh, danke! Super! Alles klar. Osttor. Hurra! Entschuldigung. Brunnen am Osttor. Froschi. 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 Wo ist der denn? Hast du einen Frosch? Hey, Duda, junger Mann. Jeder sagt, dass du der Retter von Leseless bist. Ich wusste schon beim ersten Mal, dass du kein gewöhnlicher Junge bist. Spielzeugmünze. Ja! Klasse! Dann können wir uns ja mal auf die Suche nach dem kleinen Jungau noch machen. Ach, so viel. Wo ist denn jetzt dieser blöde Frosch? Ach, guck mal. Die Mina. Ich bin froh, dass du vorbeikommst. Nur ich bin gerade bei der Arbeit. Die Entschuldigung muss warten. Alles klar. Wo genau ist denn das Osttor? Hm. Ups. Müssen wir mal gucken. Nicht schon wieder. Ich kann hell sehen. Mina. Alles okay? Ach, Mädel. Ich brauche einen Frosch. Hier soll irgendwo ein Frosch sein. Was machst du da? Achso, ihr unterhaltet euch nur. Frosch. Wo bin ich denn jetzt überhaupt hier gelandet? Da ist doch der Platz. Okay. Dann müsste hier doch in der Nähe auch irgendwo das Osttor sein, falls es eins gibt. Ich weiß. Hier ist das Osttor. Aber das nützt uns nicht viel, wenn der Frosch nicht da ist. Frosch. Frosch. Hab dich. Wunderbar. Agilität plus fünf. Ach, geil. Ähm. Aus diesem Brunnen kommen wenigstens keine Reptiden, so wie aus dem anderen. Warte, was sagst du? Man will doch einfach nur in Ruhe und Frieden seine Wäsche waschen. Okay, gibt's hier irgendwo noch so einen kleinen Brunnen? Also. Okay, wir müssen nicht nach den großen Brunnen suchen, sondern nach einem kleinen Brunnen. Das ist mal interessant. Ha. Die Meeresbrise tut gut. Als ich noch jung war, habe ich ihn... Boah, so schneller geht's ja wohl nicht. Ach, komm, geh weg. Wer so schnell... Steh auf, Sale. Was? Ein guter Geschäftssinn. Ist sehr wichtig, ja. Ja. Durch geschickten Handel kann man sich... Ich lese das gar nicht mehr. Oh! Dankeschön! Ist ja, ähm... Ne? Ich weiß, ich weiß. Ich suche nur noch einen Brunnen. Aber wo? Irgendwo in der hinteren Ecke vielleicht. Mal schauen. Hier schon mal nicht. Da auch nicht. Ach, guck mal. Härte Politur-Set. Da sind nur Kisten. Okay. Hier kann man runter... Fallen. Habe ich mich schon wieder... Oh, Kiste. Reißzahn eines Drachen. Yeah. Hier bin ich gerade langgegangen. Hier muss irgendwo noch ein Brunnen sein. Ähm. Ich gehe mal hier lang. Hier kann ich wieder suchen. Toll! Ja. Was ist denn hier so Schönes? Weg ist es. Guck mal. Ah, da ist der Brunnen. Ja, Brunnen. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Das ist der Brunnen, von dem Horace gesprochen hat. Nichts wie runter. Und dann muss ich noch zum Jungen mit den Spielzeugmünzen. Oh ja. Was ich alles machen muss. So viel Nebenzeugs. Ja, die Reptiden. Hier geht's dann wieder raus, oder... Oder wie? Oder geht's hier einfach nur lang? Hey. Wie ganz am Anfang des Spiels. Hihi. Richter. Okay. Dann wollen wir mal, wa? Ja, es sieht hier echt verdammt aus, wie am Anfang des Spiels. Da ist auch ein Speicherpunkt. Den nutzen wir einfach mal. Okay. Hier geht's durch. Bam! Hihi. I knew we'd do that. Was? Kapitel 24, Reptiden-Katakomben. Da fehlt jetzt aber noch 22 und 23. Was man hier alles machen kann in diesem Spiel. Das ist unglaublich. Aber zumindest haben wir alle Leute bis auf Nirwania dabei. Ja, definitiv. Okay. Dann lass uns doch mal umschauen. Weil ich hab hier einige schon gesehen. Da. Auf sie mit Gebrüll, wie's scheint. Oh! Oh! Er ist umzingelt. Was sollen wir tun? Wir machen Handtaschen aus denen. Auf sie! Moment! Wenn du einfach losstimmst, ist alles noch schlimmer. Guck hinter ihnen. Sie haben Heiler. Wenn wir diesen Weg nehmen, können wir ihnen in den Rücken fallen. Das find ich gut. Schon gut, Schlauberger. Dann eben da lang. Kampf beginnen. Dann lass mal hier lang gehen. Nein! Von wegen heilen. Gibt's nicht. Und wir sind vergiftet. Wir zerstören erstmal den Heilkreis. Hätten den zweiten gleich mal mit zerstören können. Ich bin vergiftet. Du machst hier gar nichts. Und gezaubert wird hier auch nicht. Verstanden? Degren ist am Boden. Das ist nicht so schön. Huf! Was, was zur... Was geht denn jetzt ab? Ausfallen! Ich hab da hinten auch gerade noch einen Kreis gesehen, oder? Nee, doch nicht. Momentchen mal. Ich bin vergiftet. Das ist nicht schön. Ich würd gern einen Wandsprung machen. Macht er natürlich nicht. Warum denn auch? Ja, auch zu blocken. Wir sind schon wieder vergiftet. Feierkreis! Weg mit dir! Okay, alle haben einen Level up. Cool.